Gutenholz ist das hier. Gutenholz. Nur ein Tee natürlich. Ach ja, das war wohl nur so ein Ausbau. Da hinten kommt richtig erst guten Holz. Aber das gehörte schon dazu. Hier ist ein Agrarbetrieb. Mal sehen. Zu Holz muss er gleich kommen. Da hinten ist es auch schon, ich sehe schon. Lassen wir uns mal die schönen Farben. Lassen wir uns mal anschauen. Farben im Herbst. Das ist hier Gutenholz. Landkreis Stade. Großes Gebäude. Ja. Ja. Sauna gibt es da links rein. Ich fahre jetzt mal geradeaus. Hornenburg, Aspel. Da war ich auch noch nicht. Was sind hier alles sonst so? Kreissparkasse. Lottostelle. Treffpunkt Imbiss. Ja, sieht hübsch aus. Edeka. Da ist ein bisschen klein steht. Hornenburg fahren wir jetzt links. Hier. Was ist sonst noch hier? Ein bisschen Vielfältigkeit haben wir schon gesehen. Auch nicht schlecht. Ein bisschen Abwechslung muss auch sein. Ein bisschen Abwechslung muss auch sein. Die größere Horn werden die Vielfältigkeit erriegelt. Das wäre es dann aus guten Holz. Und tschüss. Die größere Hornenburg.